So, okay, wir sind wieder hier mit dem Terraria Let's Play und ja, wir machen noch gleich weiter. Ich weiß, normal müsste jetzt eigentlich ein anderes Let's Play kommen, aber naja, es kam ja auch vorher kein Minecraft, inzwischen dem Minecraft Let's Play zwischen den 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Genau, zwischen den 6 kam auch keine Unterbrechung und jetzt kommen ein paar mehrere, auch von anderen Spielen, Sims 3. Das ist ein großes Problem. Ich muss es Nummer 9 installieren, das bedeutet, es müsste noch ein bisschen dauern, bis wir das alles hinkriegen, also, boah. Und naja, solange das Let's Play zock ich ein bisschen tun, weil meine Play Station direkt nebenan ist und deshalb zock ich jetzt ein bisschen, bis es fertig ist. Gott. Ich bin gerade so schlecht drauf. Okay, 37.000er-Kombo innerhalb von ein paar Sekunden gemacht, aber naja. So, wir wollten diese Dirt-Roll vollenden. Ähm. Dann machen wir uns erstmal nochmal ein bisschen Dirt und... Ja, weil ich bin so eher so Dirt-Typ wie Minecraft und so. Denn ich finde, ohne Wand sieht das scheiße aus, weil da war ja schon hier ungefähr, war ja schon die ganze Wand voll. Ich weiß jetzt auch nicht, warum meine Videos ab und zu mal HD sind und warum auch nicht. Aber naja. Ähm. Schlimm ist es ja nicht. So, da muss ich jetzt auch mal was hinbauen, damit ich da drauf springen kann. Genau, okay, das klappt schon ganz okay. Äh, dann hat es nicht wieder zur Workbench runter. So. Ich wollte keine Woodball, Dirtwall. Mal gucken, der will wahrscheinlich rein. Dann lassen wir mal die Tümer offen. Weil das ist nämlich ein NPC und die sind eigentlich sehr wichtig im Spielen. Weil die dir später alles... Weil die dir später Sachen verkaufen und so, ne. Voll chillig eigentlich. So. Die Dirtwall, die kriegen wir wahrscheinlich jetzt gleich auch noch fertig. Aber ich mach jetzt erstmal mir... Okay. Das reicht so nochmal. Ähm, fertig werden wir wahrscheinlich dann damit jetzt nicht. Aber dann müssten wir nochmal sammeln gehen. Aber wie schon gesagt, es wird kein größeres Problem werden. Ja, okay, Entschuldigung für die gerade kurze Unterbrechung. Ähm. Okay. Denn mein Aufnahmukran hat gerade ein bisschen gesponnen. Aber es ist noch alles drauf. Okay, wir hätten schon mal den Großteil fertig. Das ist eigentlich schon besser, ähm. Also es ist schon gut. Komm her, Probleme. Ja. Okay, hätte er mich erwischt, wäre ich jetzt gestorben. Dann hatten wir nochmal Glück. Ähm, dann gehen wir jetzt mal erstmal den Baum hier abhacken. Abholzen. Okay, ich hab grad gemerkt, ich bin so nahm Mikro dran. Das hört man am Rauschen wahrscheinlich jetzt. Ich passte ein bisschen besser auf. Damit das nicht so oft passiert. Ähm. Genau, ich bräuchte hier irgendwas, um da drüber zu kommen. Dann machen wir einfach diese doofen Plattformen. Hallo. Diese Plattform. Plattform, Plattform. Zwei reichen. Ähm. Wahrscheinlich reicht auch einer, aber naja. Schlimm ist es, wie schon gesagt, nicht. Stress oder was? Ah, nein, nein, nein. Es war nicht ernst gemeint. Gott, wir haben keine Mushrooms mehr. Doch, einen noch. Es. Gut, wir werden jetzt noch ein paar Dings überleben von ich wollte grad Creeper sagen. Von so einem Slime-Kack-Kopf. Entschuldigung für diese brutalen Ausraster gerade, aber naja. Es tut mir ja so leid. Ich kann einfach nicht anders. Ich hole mir jetzt nur ein bisschen dörd. Wenn wir jetzt ein bisschen zu viel haben, ist ja eigentlich nicht besonders schlimm. Wieder zu einer Mikro. Ja, nochmal alle an ein freundliches Weihnachtsfest. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Heute ist der 25. Also eigentlich noch erster Weihnachtstag. Glaub ich erster Weihnachtstag. Ich bin ein bisschen durchinnern. Also auf jeden Fall werden bis Silvester noch zwei Folgen mindestens rauskommen. Also ich bleibe jetzt nicht bei dem Motto wöchentlich und auch nicht täglich, sondern halt mal ab und zu also wahrscheinlich jede Woche zwei oder drei. Kommt ganz drauf an. Also in den Ferien werden wahrscheinlich drei die Woche folgen, weil ich muss echt mal meine Erfolgskette, sag ich mal so, also meine Videokette ein bisschen aufstocken, weil im Moment echt alles im Arsch bei mir ist. Nein, jetzt habe ich Stein und Roll gemacht. Scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, wir machen erst mal so viele. Eigentlich sollten ja später noch NPCs hier kommen, ich weiß aber nicht wann und wo und wie. Also. So. Müssen wir wieder runter, ey. Es läuft schon so ein bisschen die ganze Zeit hoch und runter zu rennen, aber später wird sich das schon irgendwie lohnen. Hallo, bau doch. Juhu, es ist fertig. Wir haben noch ein paar Fackeln, deshalb werden wir jetzt nicht zu knapp kommen. Da muss eine Fackel hin. Da muss eine Fackel hin. So. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, ähm. Juhu, wir haben einer gekriegt, was gar nichts bringt, aber, also unterbringt das gerade gar nichts, aber, naja. So, wir haben noch Eicheln. Äh. Genau, äh, ich wollte mir, glaube ich, einen Voranzumacher. Geht das jetzt eigentlich, weil ich bin nicht sehr erfahren, jetzt im Moment mit dem Spiel? Nein, das geht anscheinend nicht. Ähm, ja, was machen. Ähm, ich wollte jetzt eventuell nochmal rausgehen und mich von den Zombies erschlagen lassen. Ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen meinen, aber... Ich hasse diese Viecher. Die regen mich so auf, ich könnte kotzen, ey. Au. Als brauche ich wieder was, wo ich da hinbauen kann. Es nervt schon so ein bisschen. So ein kleines bisschen. Lauf, Forest, lau. Wieder zu einer Mikro. Entschuldigung. Gott, man kommt. Ah, endlich, endlich, endlich. Hier kommen manchmal Bomben, die sind recht praktisch. Nee, nix, nix und nix. Oder doch, ich hab was gekriegt, aber ich weiß grad nicht was. Genau, einen Heiltrank. Den trinken wir auch mal. So haben wir wieder volles Leben. Anscheinend ist hier eine kleine Dungeon, die schon... Ach, das ist... Das trifft sich ja grad mal gut. Copper Ori. Naja, wenigstens etwas. Ein blauer Slime da oben. Das sieht doch mal geil aus. Viele Slimes. Ah! Ein Blutslime. Komm doch runter, du Spacko. Willst du Stress, ne? Ich mach dich tot. Boom, gekillt. Die wollen alle voll Stress, ey. Ha, Loser. Das war jetzt voll aggressiv drauf. Ich muss echt jetzt an allen vorbeikommen, weil ich will nur nach Hause. Ich will zu meiner Mama. Hallo, spring doch. Gott, mir kommt es mir schon vor, als würde ich mit einem Noob... Geht's dann runter? Oh, da geht's ja... Ach du Scheiße, wir haben eine Cave gefunden anscheinend. Mh, ja. Okay, wir haben zwei Bomben. Jetzt zeig ich euch mal, was eine Bombe bringt. Ja. Wir müssen ihn jetzt mit einer Axt töten. Gott, das ist grad so peinlich. Wechsel die Waffe. Oh, überstanden. Ach du Scheiße, war das knapp. Ich habe das knapp. Oh, das ist ja auch. Ich habe das knapp. Und dann geht's ja... 그럴 so ein bisschen mehr. Ich werde das knapp. Vielen Dank.